In diesem angegebenen Trapez ABCD sind M die Mitte von dieser Strecke AD und N die Mitte von dieser Strecke BC. Der Auftrag lautet, beweise vektoriell, dass dieser Vektor MN genau die Hälfte von der Summe der zwei Vektoren AB und DC ist. Zuerst stellen wir die Hypothese auf. Wir haben das angegebene Trapez ABCD. Wir wissen, dass M die Mitte von der Seite AD ist und dass N die Mitte von der Seite BC ist. Was wir beweisen sollen, ist diese These. Und um diese These zu beweisen, werden wir diesen Quervektor MN auf zwei Arten längs der Seiten zerlegen. Dieser Quervektor MN ist gleich zum Vektor MD plus Vektor DC plus Vektor CN. Also so. Wir können das schön überprüfen. Die beiden sind aufeinander folgend. Und ihre Summe ergibt Vektor MC. Und MC ist mit diesem Vektor CN wieder aufeinander folgend. Und diese Summe ergibt dann effektiv MN. Also können wir MN schön so zerlegen. Wir können den Vektor MN aber auch so zerlegen. Vektor MA plus Vektor AB plus Vektor BN. Also so. Somit wissen wir, der Vektor MN ist gleich zu dieser Summe. Und derselbe Vektor MN ist gleich zu dieser Summe. Also ist Vektor MN plus Vektor MN gleich zu dieser Summe plus dieser Summe. Wir werden also diese zwei Gleichheiten addieren. Vektor MN plus Vektor MN das ergibt zweimal Vektor MN. Vektor MN plus Vektor MA. Schauen wir nach. Vektor MN plus Vektor MA. Das ergibt den Nullvektor. Weil M ja die Mitte von dieser Seite AD ist. Und dann haben wir hier Vektor DC plus Vektor AB. Und hinten noch Vektor CN plus Vektor BN. Schauen wir nach. Der Vektor CN plus Vektor BN. Diese vektorielle Summe ergibt ebenfalls den Nullvektor. Weil M ja die Mitte von dieser Seite BC ist. Also wenn wir diese zwei Gleichheiten addieren. Dann bleibt übrig zweimal MN gleich DC plus AB. Wir teilen dann noch durch diese zwei und finden somit, dass MN die Hälfte von AB plus DC ist. Das ist genau das, was zu beweisen war. Also ist dieser Auftrag schon erledigt. So erledigt. So erledigt. Untertitelung des ZDF, 2020